Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde zu Beidos G2, Throne of Baal. Ja, wir sind immer noch in den wandernden Bergen, beziehungsweise im großen bösen Heiligtum von Yagashura. Hey, ich habe mit den Bergen merken können. Und ja, wir müssen hier Schutzsteine organisieren. Ich warte keine große Herausforderung. Um weiter zu können. Jedenfalls denke ich das mal, dass wir hier in diese Maschine diese Schutzsteine einsetzen müssen. Ja, nun gut. Ja, da ist eine magische Kraft, die euch davon abhält, die Treppe hinaufzusteigen. Die Energie geht offenbar von dem Gerät in der Mitte des Raums aus. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Fragt, was immer ihr wünscht. Also ja, zwei Schutzsteine habe ich schon mal. Hammer und Schädel. Mir fehlen allerdings immer noch zwei Stück. Mit Hammer und Schädel konnte ich schon mal die anderen beiden Räume hier öffnen. Okay, okay. Verstanden. Und lass Imoen mal einen Blick reinwerfen. Hm, wenn ihr's los, schön. Da kommen auf jeden Fall schon mal Feuer, Salamander. Oh, was ist da? Ein flammender Schädel. Oh, deine Finsterkatze. Die waren recht böse. Hm, ja. Waren sie wirklich. So. 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 Also wie das aussieht, verhachend Nö, da ist noch ein Feuerelementer Ach nö, Jahira Ernsthaft Man könnte eigentlich meinen, ihr seid eine supertolle Heldentruppe Ach nö, 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 nö! So Ah ja Ich war ja hier, geh mal aufsammeln Ja, was immer ihr wünscht So, du kannst es mal Was sind wir jetzt alle, blind Verstanden Blind verschlechtern unseren ETW ein bisschen Ja, ein bisschen Okay, schön Warum hab ich so das Gefühl, dass wenn ich hier wieder was rausnehme Brennende Männer Und Mastbon Ganz ehrlich, zwei Sachen erst einmal Ja Okay Kein Wunder, dass es teilweise so leicht wurde in letzter Zeit Ich hab vergessen, die Schwierigkeitsgrad nach dem letzten Level abhört zu drehen Aber jetzt erstmal Airi einen Stufenaufstieg geben Magier Prisezauber, ein Trefferpunkt Ne, zwei Magierzauber Attribute Ja, das kann ich nicht mehr wählen Zusätzlich ist der Zauber Sechster, siebter, achter Grad Planetarik kann ich gerade auch nicht zaubern Nehme ich einfach schlumm der Vergeltung Und Einverstanden Ah, nochmal Kettenzauber Ist nett Ja, sehe ich Das entfernt Okkulte und Verwundbarkeit Hier nochmal Magieresistenz sinken Hiermit bin ich eigentlich zufrieden Hiermit auch Und hier kann ich noch nichts Gut So, Feuerpfeile, wär jetzt gedacht, für Immoen Ach ja, und Dieses Mal denke ich dran Den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen Ich weiß gar nicht, weil ich ihn gesenkt habe Oh, Jim Beschwören hat nicht geklappt Pfeile des Zauberbruchs Ja, sie soll erstmal die verschießen Steht denn eigentlich hier was über Äh, brennende Männer drin Todesplop Geht recht rasch zu einer tödlichen Gefahr Während Feuertrolle ist klar Teilungsschleim Der Teilungsschleim ist mit anderen Schleimen und Schimmeln verwandt Er teilt sich in 200 Die Kreation, wenn man in die Waffen verletzt Er ist gegen Feuer verwundbar Kann auch auf diesem Weg permanent vernichtet werden Magie-Golem sind Äh, seltene Golemy Die nur mit Waffen ohne Verzauberung vernichtet werden können Mariliv sind angeblich eine echte Form von Dämonen Aber nur die wenigen Helden sind auf sie getroffen Und haben den Kampf auch überstanden Der Mariliv ist eine sechsarmige Dämonin Mit dem Oberkörper einer Frau, dem Unterleib einer Schlange Ja, die kenne ich auch aus meinen Drissit Büchern Sie ist unglaublich rasch und tödlich Sie kann nur effektiv mit ihren sechs Schwertern umgehen Nicht nur effektiv mit ihren sechs Schwertern umgehen Sondern auch Zauberwirken Kämpfer sollten sich in Acht nehmen Diese Dämonin ist nicht nur gegen normale Waffen und Zauber Geringer macht völlig immun Sondern sie liebt es auch Schutz von magischen Waffen auf sich zu wirken Wenn der Zauber nicht gebannt ist Der Kämpfer gegen sie völlig wehrlos Okay, über brennende Kerle steht da drin nichts Tag Wenn ich der Gruppe weit ja schon unterwegs Muss wohl was anderes ausprobieren Ja, man merkt, die Kämpfe werden heftiger Ich bin bereit Hätte ich auch gemacht Ja, so sind die Kämpfe definitiv wieder anspruchsvoller Zum Glück habe ich recht viele Heiler dabei So, noch einmal die mittlere Heilung Guck, habe ich noch eine Ah, nö Hast du noch eine? Ja Ermi hat auch noch zwei Also Noch eine auf Minsk So Ja, das ist mein Hauptvorteil dieser Partie Viele Heiler dabei zu haben Oh Knochen-Scheu-Sahle Ich tu dir weh, wenn es sein muss Los, Spuck, geht klar Ich brauche Heilung Ich warte Ich helfe schneller als Chick-Ticker schnell preisen Muss wohl was anderes ausprobieren Und eine Erine Oh Erinen sind Teufel Beziehungsweise gefallene Engel Die ziemlich böse sein können Chaos-Sphäre Jeder, der im Wirkungsbereich der Sphäre auffällt Muss in jeder Runde einen rettungswürfigen Zauberwürfel Wer scheitert, wird von einem zufällig ausgefehlenden Effekt betroffen Verwandlung in ein Eichhörnchen Verwirrung Beginn zu brennen Lähmung Auflösung 20 Trefferpunkte werden geheilt An einen zufälligen Ort teleportiert Bewusstlosigkeit oder Hass Ja, nettes Zauber Was haben wir denn hier Sonnenstein-Schleuderkugeln Zwei-Händige Schwert Die Pseep-Klinge Plus 5 Manche vertreten die Ansicht, dass diese enorme Klinge von den Drow gefertigt wurde Es gibt jedoch andere Gelehrte Die diese Theorie bestreiten Über eines sind sich jedoch der Gelehrten einig Diese massive Klinge wurde nur zu einem Zweck erschaffen Sie soll dazu dienen Die Elefiden zu vernichten Jene, die die Pseep-Klinge führen, sind gegen die Pseep-Kraft der Gedankenschöne im Mond Der verwirrende Pinkangriff der Erdkolosse Die des Öfteren den Elefiden dienen wird Durch die Waffe ebenfalls negiert Gegen Alpsi-Angriffe Ja, Minsk Silberschwert war auch eine Zwei-Hand-Waffe Wenn ein Gegner von Welle getroffen wird Ihm zu keinem Verflüssigkeit, wodurch das Opfer zu sich Schadenspunkte erleidet Feuer dem Mittag, ihr Frieden, sondern Mann, die von dem Welle getroffen werden Wern augenblicklich getötet Ja, Zweihänder von Kelton Und das hier ist der Ausgleich Ja, das waren Einhänder Ja, Kelton Das geheiligtes Rächer-Schwert kann ich stärker machen Wenn ich die Tür-Träne habe Ich wüsste jetzt echt nicht Wem ich das Schwert geben sollte Weil Minsk ist ja mittlerweile Recht gut mit der Waffe 읽te Heinle Ah 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 Ah